Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nessie zockt auf live in der Wutze. Ja, gut, ich bin hier immer noch in der Höhle drin, immer noch. Ach, die ist so groß, die ist so groß. Oh ja, die ist riesig. Ich sehe, ich habe schon wieder Hunger. Wir drehen uns mal wieder um. Ja, toll. Ja, nein, das wollte ich doch, hier. Bläser. Nein, Bläser, Bläser. Ja, Eisen, ooooh, da gab es so viel Eisen schon. Aber ich brauche noch, da muss man so viel essen, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Der ist voll. Okay, so. Okay, nehmen wir das hier mal wieder mit. Jetzt ist ja nichts Neues hier. Was ist das denn hier? Fritzel, Eisen, Eisen, Erz. Oh, das habe ich nicht gesehen. Mitnehmen. Eisen. Das ist ja nichts Neues hier. Nein. Ja, das ist ja nichts Neues hier. Das ist ja nichts Neues hier. Das ist ja nichts Neues hier. auch so jeweils zu ende halt da oben ist irgendwas Okay. Okay. Okay, ich werde das auch mal gegen die Schilder aus. Okay. 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 Stop. Oh, Fertigums! Okay. 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 Aber wie guckt man da ab? Mir ist wirklich nichts gut. Ciao! So, jetzt gehen wir mal hier runter. Da ist oben und dort. Knifell. Salz. Ungefähr. Ungefähr. Ja, das war ich doch irgendwo mal. oh guck mal wo der ist da kommt jetzt nicht rein ist egal dann lasse ich das das war ich hier um den ja was ist das denn zins ja mit dem mitten sparten schon wieder blöser jetzt tun da war irgendwas gehört Okay, hier kommst du nicht mehr raus, gut. Mitnehmen, zu Gipswasser. Oh, guck mal, ob ich hier hingelassen habe. Mitnehmen. 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 Salz. Oh mein Gott, ist hier viel Kohle. Kohle mitnehmen. Immer mitnehmen, Jörg. Nie liegen lassen. Kannst du immer gebrauchen. Mitnehmen. Ich dachte, hier war ich schon hier. Sins, immer mitnehmen. Eisen, immer mitnehmen. Mitnehmen. Irgendwann wird das hier sein. Wie lange sind wir eigentlich schon hier drinnen? Für Ewigkeit. Gut. Hallo? Mitnehmen. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was du kriegen tust. Ja, toll. Das war mit X nix. Ich muss das Wasser hier absperren. Punkt eins. Mach ich jetzt hier noch weiter. EVERYBecke. Ich warte gerade. Da geht es ja noch weiter. Und da geht es ja wieder. Okay. Oh mein Gott, wie groß ist die noch, die Hölle? Noch was? Ja. Oh, wieder nix, wieder am Ende. So, zünden wir wieder mit. So, hier war ich schon, hier war ich schon, hier war ich schon. So, gehen wir mal hier noch um. Hier war ich nix. Okay, wir werden mal, ich will raus hier. Nee, da ist auch nix. Ah, mitnehmen. Okay. Noch ein Hölleingang, ich flippe aus. So, hier war ich schon. Da gibt's noch Wasser. Da ist Eisen. Oh, okay. hallo hier waren wir schon? waren wir hier noch nicht? nein, hier waren wir noch nicht wo geht es bis heute zu ende? ach mich, ich bin schon wieder abgekackt, na ja, gut so, Eisen nehmen wir wieder mit ach, da ist schon wieder Lava, da habe ich schon wieder was gemacht von draußen ist der Regen kalt Diamanten Diamanten wie viel Diamanten, das ist wichtig, wow oh je oh Gott, meine letzte oh, draußen ist ganz schön laut ne, cool, reicht jetzt mal so, Vorsicht ich habe hier um wieder weiter so, hier mache ich mal Stein rein okay, ciao oh, was ist denn draußen los? aua 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 wo denn ich sehe dich nicht komm her nicht mit mir hier platzium joo, lange nicht mehr gehabt wow so das ist eine Lava Moment mein mein Gott, wie groß ist die noch? ich kann es mal alles verstehen und liegen ich will mal gucken ne Mine, ne Mine, yeah endlich mal, endlich mal ne Mine gefunden na endlich mal ne Mine gefunden mit ich die Ach so, um, ich nehme ich nicht mehr, dass es kaputt ist. Ja, irgendwas, hier ist irgendwas. Gut, warte mal, wir machen das mal kaputt. Gut, warte mal. Gut, warte mal. Gut, warte mal. Nein, ich will ihn hier noch nicht verlassen. Was bist du? Blasar und Sin mitnehmen. Noch mehr? Alles mitnehmen, was du kriegen kannst. Man wisst nie, wann man hier wieder zurückkommen tut. So, noch was? Gut. Ne, gut. Mach mal in eine Krecke mal rein. So, gibt es nichts mehr? Gut, nehmen wir hier mal an. Ah, hier ist nichts mehr. Gut. Gut. Gehen wir mal runter. Na? Wahnsinn. Ah, na? Ah. Ah. Na? Ah. 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 Ich weiß ja nicht, was hier vorne ist, oder? Ich habe gedacht, ich habe jetzt einen Null gefunden, Null, Mist, ich zahle es mit hier. Das ist ja blöd. Ach, gucken wir mal. Bist du Gold? Immer mit mir, Gold. Oh, da hast du. Ich werde nie wieder rauskommen. 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 Wow, ist sie riesig. Oh, hallo Leute, was wollt ihr denn mit mir? Ich werde nie wieder rauskommen. Ich werde nie wieder rauskommen. Ich werde nie wieder rauskommen. Oder auch nicht. Oh oh, was ist denn hier los? Ich werde nie wieder rauskommen. 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 Zitzen ok geht sie nicht mehr lang gut gut leute machen wir mal langsam hier machen wir mal schluss aber einfach mal eisen abbauen ok Ich habe die Koffer und die Koffer mit dem Koffer gesetzt. Ich bin vergiftet. Okay. Okay. .'" Espero. Ich muss hier eigentlich weiter... Dann lasst es mal hier so offen... Gut... Dann wisst ihr Bescheid... Gut... Gut, Leute... Dann verabschiede ich mich von hier... Im Untergrund... Und dann sage ich erst mal... Ciao, ciao... Bis zum nächsten Mal... Euer Nessi... Mummel... Zockt... Äh... Wart nochmal... Ja, hier... Nee... 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 Kein Bild... So... Dann verabschiede ich mich von hier... Lebensgefährlich... Wie immer... Und dann sage ich mir wirklich jetzt... Ciao... Bis zum nächsten Mal... Euer Nessi... Zockt... Tschuuuus... Musik... 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 Auf Wiedersehen... Musik... «